Alter! Mein Lieblings-Swaro! Ich wurde revivet! Ich hab voll guten Stuff! Drei Schungelkern, ich sag'n Block! Wie gut, aber... Ich muss die Folge dann gleich uploaden, wenn sie kommt. Ich brauch' noch ein neues thumbnail. Ja, weil der Typ seine Folge verloren hat, wo ich revivet. Ultra W. Ich mach' jetzt einfach Full-P1-Action. Hab' ich gehört. Ähm, ich knatter einfach Full-P1-Leute weg. Ähm... Finde ich ultra cool. Ich hab' irgendeine Pack-for-Stander reingenommen, ich hab' nicht mehr kein... Irgendeine Ahnung, von welch war das... Oh, da sind einfach viele Leute drauf, lol. Da steht sogar noch Sugar-Kender. Ich glaub' das Waro ist sogar noch machbar, ne? Das Ding ist ehrig, seit ich einmal gejoin' und er wird halt so Strike bekommen, wenn er gejoinen sollte. Deswegen glaub' ich, dass ich das eher du spielen werde, weil er im Prinzip gefühlt mehr Belastung wär' 5-Gott, 5 Kills. Rumba ist drauf. Ich muss ihm schreiben. Da geht's kurz. Es geht's kurz. Der ist auch kurz, da geht's. Der ist jetzt nicht sicher. ich möchte jetzt komplett 20 folgen durchfarben ohne sinn und danach first fight sterben ich bin voll lustig geworden habe ich gar kein work auf das war wie gut bekommen aber nehmen sie komplett mit zwei bücher wenn er schon op sage ich sogar schau zwei die hier einfach so es klären wir uns erst mal das schulker nachdem wir die fiecher getötet haben aber ich bin nicht mehr weit weg was vor das steht ja überall das schule können das eine witsch ich habe gehört wir gehen außen rum ich bin das war heute ist noch so dass wir das einzige war wo ich eine chance habe weil es nicht mitspielt und sonst tut er passt nämlich in jedem tricks war es ist so das macht gar keinen spaß mehr er ist also endboss auf meiner reise zum ersten war das bockt hat gar nicht so der sport ist sogar noch mobs in mir sogar nicht einfach aber egal der ist das habe ich mir so von tim angewöhnt holy shit das ist so nervig ich habe zu viel fifa gespielt mit himm der geist ist ja überall noch schule können ich gewinne es auf ernst noch und es zählt ja das folge eins was ich hier gerade spiele das ist das gute kann jetzt wirklich noch mal eine folge komplett hier oben schild dk hätte man schon kein angebaut oder so bitte was ja gut hier war hat gefühlt keiner dann weil jetzt auch noch vor vier tieren zu was kürbi freut sich gar nicht konnte das vorbei einfach scheiße schildern hier 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 macht er mich sauer dass er da nicht gegeben hat ich hätte felix so gern getötet ist im tricks war cooler gestehrt die schnell dauern also wenn es 200 videos in seiner gas die hält dann einfach komplett lucky waren es ist einfach komplett gut entsteht noch mehr schulken der geist ja wirklich okay ich finde es war heute auf ernst nicht aber ich habe schon erkennt es werde versuchen in der maßweg so ansatzweise was mit zunehmen dann wenn es eine maßweg irgendwann gibt so keine ahnung 12 kills sind schon süß vielleicht die zwei die mich erst folge getötet haben die können dazu gar nichts in minecraft ist ja schon idee die von wie viele tiere noch sondern war die alle gehen ja egal natürlich mit der pickel oder mit der axe futter ich auch gleich genug ich könnte ich habe 27 schon erkennen das sind ich kann das ultra noch viele folgen spieler so fünf stück ich muss getötet ich hab ich gefurte ich hab ich genug ich jetzt alles zeigt würde ich gerne voll machen und leder noch ein bisschen ich hab nur 7 leder ich hab aber auch alle kein leder einfach sumpf am besten noch ein looted sumpf das wäre ultra gut jetzt kann ich hier dann holzfarben oder wenn es rum ist und hat er noch und dafür übrig gelassen jetzt ist alles abgefärmt ja egal aber der bräuchte trotzdem noch ich habe wirklich zu wenig der ich glaube ich könnte mir halt neun bücher machen holz kann ich schon mal fahren die kann bei iran viel kills malox hat halt auch zwei einfach aber einer wurden ja gut weil ich das halt einfach bin ich bin so gut ich bin einfach jesus bin einfach wieder von toten auferstanden jetzt habe ich jetzt habe ich sind jeder und dann und werde ja hier sind die kühle gespawnt gut da ist der sogar 3 australen kühle lieben mich oh ich lege gleich ran wie gut von mir das habe ich auch komplett von tim echt kacke nein alter ich habe vergessen dass ich einfach mein ich spiele noch mit luna mann cornflakes 15 den faltig er ist perfekt sogar noch erste folge runter im prinzip habe ich einfach nur plus gemacht das ist total gut gewesen der ich da einfach in den fall drin bin und es mich sehr malig gekült wird Oh, nicht der andere, oder? Ha, bist du fett? Ist er fett gewesen? Ähm, ich will nicht sagen, aber eigentlich wäre es schon eine Idee, ne? Warum habe ich gerade ultra Bock da reinzuspringen? Ist es normal, dass ich da voll Bock habe, gerade ultra den Jump Into zu machen? Mein Gott. Suicidal Tendencies, I guess. Ah, scheiße, ich glaube, ich kann mich da verrunden. Das war's mit der Folge. Auf Wiederhören. Also, ich glaube, ich glaube, ich kann mich da verrunden. Ich glaube, ich glaube, ich bin da voll. Ich glaube, ich glaube, ich bin da voll. Ich habe ihn geimpft. Ich glaube, ich bin da voll humour. Ich glaube, ich bin da schnell.